Hallo meine Lieben! Warte Freunde, willkommen zu neuen Videobeschreibungen! Auf jeden Fall bei mir zum Besseren! Bam Junge! Und das ist unser drittes Video. Für dieses Day. Eins. Okay, eins. Vielleicht können wir so ein paar schöne Pfeilen bauen. Drei. Vier. Fünf. Wo das... Ich bin jetzt... Okay, fünf muss ich schon mal weggucken. Ich kann ja eine volle Eisendüstung geben. Mehr leider noch nicht. Wie geil, dass ich schon mal neiste Kult, oder? So Leute hier, zum Weiß ist es weg. Achso, und wer auf unseren Server kommt, ihr müsst das wegschmeißen. Weil sonst Betrug und... Ihr wollt doch auch... Denn das wird sonst gestraft. Für drei Tage und wann. Nee, ich hab's grad noch stärker gemacht. Und das geht eigentlich gar nicht, wenn man einem anderen Spieler nur nutzt. Wir machen mal einen Monat. Ich mein, wenn man... Ich mein, wenn man... Vertrübt den Shop... Ja! Ein Monat. Okay, das ist ein bisschen hardcore. Wann kommen die Videos online? Morgen. Und... Okay, und dann soll... Heute ist der überhaupt sein. Alles klar. Okay, wir nehmen alles hintereinander auf, Leute. Und wer hat noch einen Kreativmus und ich merk es nicht. Wir haben so viel OP-Eisen, ne? Aber wir müssen Smaragde finden. Wir müssen ein Dorf finden. Für Smaragde. Such mal... Such mal nach dem Dorf. Ich... ich nehm... Ja genau, Leute. Und oben ist... Sieht... Wollt ihr sehen? Stirb. Oben seht ihr, wie Niki fahrt. Oben such ich jetzt Scheiße und fahr mal ein bisschen essen. Hä? Der Creeper war grad... Voll dessen interessiert an mich. Aber ich musste die Rüstung... Oh, ich denk die ganze Zeit... Ich hab... Rüstung. Kann du... Bonus... Bonus ab? Ja, ich guck doch. Wow. Och, wir brauchen Smaragde. Ich mach mal... Wofür? Ähm... OP-Goldäppeln und so. Ich koste 1 Smaragde und OP-Goldäppeln. Zehn, Leute. Da müssen wir ein Dorf finden. Ich hab eine andere Höhle, bevor die gehe ich mal als Feinde. Ach so, das war die, die ich eben meinte, ne? So lange geh ich jetzt mal bei den Wasserschul trinken. Nein. Die war... Ich hab keine Lust, die weiter zu erkunden. Ja. Damit geh ich. Wow. Man kann's doch mal... Ich fahr grad essen, ne? Er kann... Ich geh... Ich komm jetzt... Ich hab also auf jeden Fall eine... Nein! Bitte! Oh! Oh nein, bitte nicht! Nein. Nein, Leute, das war nicht mit Absicht. Ich hab nicht inventar behalten angemacht. Oh, hab ich doch... It's a prank! It's a prank! Oh, ich muss mal... Mach das mal. Oh, hast du Klo? Die Gewarschen... Hier... Rechts... So, ich will gerade den Gang geradeaus. Nicht nach oben gehen, einfach rechts von mir. Zeig mal, ich weiß nicht wie. Ich hab das vergessen. Jo, Leute! Das war alles... Das ist eine Präsche. Das wisst ihr so. Alles klar! Muss man jetzt nicht verstehen! Lass den Daumen nach... Oben nach. Niki! Ja, lass den da. 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 Genau! Eins, zwei, drei. Lass den da, Lass ihn ganz kurz hoch. Lass den da! Leute, wir müssen ja irgendwie sterben! Da kommt der, kommt! Kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ja, okay, dann ist er auch so. Kommt sie? Jetzt töt' ich dich, jetzt töt' ich dich. Möchte Spaß. Ich bin im Kräer. Ich stirb, ich spawne die ganze Zeit da. Kommt die wieder her. Okay, ich werd geboren vom Server, meinst du? Oh, scheiße, ich geb jetzt schon die Hälfte. Wo bist du? Nein, ich werd sterben! Ja, du, du wimmst. Komm, stopp, stopp, stopp. Wir können über alles verhandeln. April 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 richtig krasser ich hab doch extra holz gemacht ich hab keine rüste gar keine eiseln so leute das ist mein server ich hoffe er gefällt euch ich hab keine rüstung du wohnen hittest du mich ich hab keine lust aber auf mein kopf oder nein hier auf das das ist voll mies aber guck dir deinen helm mal an warte kann ich gleich mal kurz gucken ob ich das kann ja nicht wirklich wo soll eigentlich unser haus sind und jo leute das war es auch für dieses video das war ganz kurz hat man gerade meine kreisse gesehen es hat euch gefallen erste bewertung da schaut bei diesem blöden typ dabei der keinen youtube-kanal hat und die sterbe jetzt und jo leute zu und 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 und